Wahrscheinlich von dem gelben Punkt aus hier oben runtergucken. Ja, ich habe ja keine Wahl. Könnte es mit ihm ertrinken. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es sowas ist. Was werden sie uns zeigen, was sie uns vertraut haben muss. Oh, komm schon. So, let's go. Achso, wir müssen ja den ganzen Weg wieder zurück öffnen. kommt von da oben hitze runter springen können alle das war ja nur dieses besondere dings wir wissen hier entlang hier entlang hier entlang kletter sind nur hier entlang das macht dich so froh und laufen jetzt wieder weg wieder weg wieder weg machen diese türe auf wieder wieder auf ich muss auch für jedes spiel so ein bisschen das lächerliche ziel wo bist du wo sind wir wo bin ich wo ist wer das power she feels draws her on the certainty she wants to hold it even if it lights she's coming to them again with another promise another question but there will always be that price to pay the truth can drown you deep they bear the heart of you hidden for years i don't show it again sie sind also alle wahrscheinlich so ein tragisches schicksal die guckt wie ich bei mcdonalds ich bin auf unter wasser wie geil also die peach hat sich wesentlich 1 wie als bei jungfrau wesentlich sie halten sich gegenseitig durch den hunger und die angst und es gab einen winzigen punkten hoffnung denn die erloschen die peache hat sich wesentlich einfacher unter wasser bewegt als sirene oder als dann kamen die riesen und die trauge die björg war nicht ganz alles packen was sie hatten und noch mehr wollten ja was wollte die denn noch mehr also die anderen waren schwach haben haben aber ein gutes sozial leben gehabt und sich geholfen wo man sagen kann okay das werden wir schon irgendwie schaffen oder kamen die björg und wollten halt mehr und so ist er wahrscheinlich ertrunken er hat sein freund verraten er hat sein freund verraten unter wasser atmen kann man machen warum nicht ich meine so ertrinkt man auch nicht immer einfach sagt ne weißt du was ich stuhe jetzt sonst hätte ich gehen was will das wasser machen einfach sagen nicht ertrinkt nicht und so geschah es in der anführung wurde weggebracht und von ihnen getötet ganz ehrlich sagen ich bin ja echt dankbar dass du da bist du nach weil sonst zu je und mumi haben sich verabschiedet das bedeutet die nur wir beide sind immer schon wahrscheinlich allein wenn ich mir das spiel echt sparen er meldet sich nicht mehr er meldet sich nicht mehr er meldet sich nicht mehr er ist nur am saufen naja eigentlich hat er das schicksal ja ein bisschen verdient muss man ja ganz ehrlich gestehen das ist nicht ein bisschen das ist nicht alles ich kann ja ich kann ich es ein bisschen es ist hier ich weiß ja ich kann aber es es ist Und er hat ihn zurück auf den Schoen, ein Gehirn. Jetzt er will er das gleiche Schoen und schützt diejenigen, die er noch nie genannt hat. Kim. So jetzt weiß sie ihn. Jetzt wissen Sie, dass er nicht ein Verlangen ist. Sie müssen sie sagen. Sie haunt sie. Sie müssen sie finden und sagen sie. Vielleicht weiß sie den Namen. Verstehe. Verstehe. Was dumm, naja. Komm ich da rein? Nein? Okay. Ich weiß halt nicht, wo ich schlagen muss. Sie werden sie stärken. Sie ist stark. Osten hält sie zusammen. Sie kostet mehr als das. Sie kostet mehr als das. Sie kostet mehr als das. Wie hat sie sie mit ihnen zusammengebezzen? Sie müssen sie finden. Sie wird uns helfen. Sie wird uns helfen. Er ist eine Verkaufung. Sie kostet mehr. Sie kostet mehr diese Leute. Sie kostet nicht das wie das. Sie können sie helfen. Du kannst. Du wirst jetzt wissen, was zu tun. Nur du kannst es tun. Sie kann es tun. Du kannst. Gleich auf die Toilette. Noch mal kurz ein Bad. Die Toilette. 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 Wir kamen. Wir schrauben ihn. Ya uste ihn. Wir schrauben ihn. Wir, den er Be levar. Mein Vater. Boe nut整 ihn mich. Er ge holding. Der sei seiner Vater. Er hebe summesen für uns. Was also seine Unde. So I cast him out. I haven't seen him since. His name was Saikech. The truth. There it is. Now we know the truth. Now we know. You can use it. You can trust her, tell her. I'm sorry. Saigech, he is your giant. What will she do? Will she believe us? I saw it. She has to. How? You have to trust me. It was the same with Ingrid. I saw her. I learned her name. Somebody's coming. They've never attacked the settlement because of you. I'm with you. You brought them here. Now fight. Let's get them up. I'll fight. I'll fight. Ich bin nicht meine Bitch am Spieß. Entschuldigung. Tschüss. Hast du eine Alvernake im Kopf bekommen? Oh, komm doch mal. Au. 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 Oh, komm schon. Und das mit dem... Das ist gemein. Das mit dem Schild ist so ein richtiger Fixer. Ja! Ich bin jetzt schild. Das macht die Jurgen. Ich bin dann. Ich bin dann. Geht's nicht mehr! Das war's. Stimmt doch sowieso. Oha. Au. Ah. Grossvieh. Oha, mit dem eigenen Schild die Fresse gehauen. Oha, mit dem. Kom her, du Lampe. Oha. Oh fuck. Ich bin nicht mehr so viel, wenn ich mich nicht mehr fühle. Geh weg von ihr! Ich habe dich! Wutat! Wir können das tun! Wutat! Aua. Aua. Du kleiner Muschikeks. Ich mach euch mit meinem mächtigen Uterus fertig. Au. Au. Aua. Du kleiner Wichser. Da brennt ihr mal nicht den Mund, du Schwanz. Der ist, ähm, ich will nichts sagen, aber der ist doch unglücklich. Au. 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 Das ist das, 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 das sind die Mäden. Ah, komm schon. Alter. Alter, voll in die Nieren. Ich glaub, ich glaub, die brauche sich keine Gedanken mehr, um Kinder zu machen. Das hat er gerade für sie erledigt. Oh, Gott. Ah, ich will dir eigentlich sagen, aber der ist tot. Ah, die macht Schnitzel aus dem. Okay, ja, kann man mal machen. Ja gut, jetzt muss man klopfen von beiden Seiten. Gerade in einem anderen. Diese Mundbewegung sah eben aus, als würde, ja. Right behind you. Right behind you. Can you feel it? Always coming. All the death. Yes. All the suffering. Right there. You have brought this on them. He's right. You, with your darkness. All because of you. Your curse. You tell yourself you are trying to help. You have damned them all. How will you do that? How will you live with yourself? With this happiness? Yes, feel it. Let it weigh you down. Feel it, someone. I can feel it. You deserve it. I can feel it. I can feel it on my skin. They will never leave you. It's death. Ain't in blood. Yes, you can see it, can't you? Blood? On your hands. Haunting you forever. I will leave. Yes, leave. They don't need you here. Coward. I will take her. Oh, Senua. I will protect them. It's too late. You can't protect anyone. Your father was always right. You'll rot your darkness. Die with them. Taking over everyone. Alone. Unloved. Unwanted. Senua. Are you hurt? You don't deserve her help. Don't show her. Don't let her in. She sees us. She sees what you are thinking. She needs you to be strong. Can you? No. Can you be? No. We need a plan. She doesn't have a plan. Why does she believe in you? You are nothing. You don't know what you're doing. No, Senua. Death. After death. After death. Think, think, think. Death. After death. After death. After death. Are you sure? You're still on my own. You can't help her. You are more than what your father thinks. You are nothing. Take her hand. Trust her. We can do this together. That depends on the plan. Go. Go with her. Can she still decide to decide? She's brought them here, the hungry ones. She made them fight, the ones who died. But there's only one way to return. Go forward. Go on. Steal yourself for what's to come. Das sieht komisch aus. Was ist das jetzt für eine Mumie da hinten? She's fledged. Begge her help. Fakrima. Yeah. Find the site for the ritual. We will go to the cave and wake the giant with fire. Then lure him there. He may look slow. But he moves fast. Our people will slow him down. Then I will speak his name and hold him fast. And bring him into the light. Yeah. Oh, schon wieder so schön. Ich werde jetzt was von einer alten Oma was zu essen klauen, ne? Wenn er diese Leute hasst. Warum sollten wir dann drei, vier von denen mit uns nehmen? Ich hinterfrag's einfach nicht. Okay. Ich frage ihn nicht, ihn nicht. Ich glaube einfach weiter. Ich werde doch nur ich morgens beim Aufstehen. Und jetzt kastrieren wir ihn. Und das Ding direkt in den Penis. Komm schon. Sein Würstchen machen wir ein riesen Bankett. Ich frage ihn. Ach, Senor, nimm doch einfach eine MG. Dann stehst du da und sag, kommt her und stellt euch meine bestigen Uteros und dann... Für die Vibration dann schön den Schritt an... Ja, krank, ne? Ah, super. Das muss ja aufgehalten werden. Ach, die liegen, die haben doch eh sterben, das ist ein unbedeutender Statist. Ins Maul, komm schon. Auf jeden Fall. Ich sende aber letztlich jetzt Eier wachsen und spritze ihm ins Maul. Ähm, ähm, wo kommt das denn jetzt her? Noch bei Sende. Ich habe gemerkt... Ich merke gerade, ich habe dich gut versaut, Juna. Du warst mal ein unschuldiges, liebes, junges Mädchen. Doch dann hat dir irgendeiner vorgeschlagen, guck doch mal den Grafen zu und jetzt bist du genauso böse wie ich. Ja, mission completed. Ich kann zwar keine Kinder kriegen, aber andere junge Personen kann ich versauen. Hahaha. Jung. Ja, das stimmt noch. Ja, jung bist du doch. Aber, wer wäre krün hinter den Ohren? Bleib weg mit deinen Fingern. Hm, ich weiß dich. Er braucht dich. Es sieht aus, als hätte dir irgendwas Falsches in den Arsch gekriegt. Das ist, wenn man die Zeit beim Kacken zurückdreht. Ähm. Du musst, um zu dem Ehen des Sturm zu kommen. Find ihn. Wir laufen in den Sturm von dem großen Tor. So, dann wollen wir mal. Okay, ich kann also, wenn keine Gegner in der Nähe sind, kann ich dich zuschlagen. Verstehe. Was? Der Wagen ist zu stark. Die Wagen werden mich wieder abrufen. Wieder. Also doch an diese... Ja, kannst du wenigstens auch mal ein paar baden. Das stimmt. Du musst bei diesem ganzen Kämpfen ja... ...einen Pussy-Mock haben. Was macht der Fisch jetzt hier? Das ist nicht der Fisch, das ist der Durst-Schritt. Ups. Ja, hier sind wir von den Wellen sicher. Erstmal. Oh. Ich kann dir helfen. Oh. 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 das hält nur einmal wetten war mir so klar ich sage aber das war knapp einfach weiter einfach weiter nein ja übertreibt mal gleich das war knapp knapper geht es nicht oh komm schon komm schon